Man sieht sie auf der Gangtour, bei den Videodays und unter der Woche schmücken sie meist die Klassenräume von Förderschulen. Die Rede ist von Löwenkindern. Doch was genau ist ein Löwenkind? Wie erkennt man es und wie verhindert man es selber, Löwenkindern in die Welt zu setzen? Diese und viele weitere Fragen versuche ich heute hier in diesem Video zu beantworten. Unter einem Löwenkind versteht man einen Menschen, der unter einem im deutschsprachigen Raum vorkommenden Gendefekt leidet, welcher oftmals die Folge incestuöser Reproduktion ist. Oder um es für den Laien verständlicher auszudrücken, die Stammbäume von Löwenkindern sind in der Regel kreisförmig. Und wie genau sich diese Gendefekte auf den Körper betroffener Personen auswirken, erkläre ich euch jetzt. Bei einer normalen Schwangerschaft fängt das Kind ab der dritten Woche an, sein Gehirn zu entwickeln. Bei Löwenkindern ist dies nicht der Fall. Hier setzt die Entwicklung des Gehirns erst in der Mitte des zweiten Monats ein, wobei man eher von einer Teilentwicklung reden müsste. Denn einige lebenswichtige Bereiche des Großhirns werden dabei nur teilweise ausgebildet. So passiert es, dass Löwenkinder weder dazu in der Lage sind, sich für uns verständlich zu artikulieren, noch richtig zu hören. Was sich vor allem in ihrem grauenhaften Musikgeschmack widerspiegelt. Der nicht selten dafür verantwortlich ist, dass Menschen aus dem unmittelbaren Umfeld von Löwenkindern den Freitod wählen, da sie ihn als Humaner erachten, als sich von morgens bis abends wispelnde, selbsternannte Rapper anzuhören. Des Weiteren macht es die angesprochene Sprachbehinderung nahezu unmöglich, sich normal mit einem Löwenkind zu unterhalten, da sie sich im Normalfall auf extrem hohen Frequenzen verständigen, wie in der folgenden Videoaufnahme sehr schön zu erkennen ist. Was die Sprachbehinderung angeht, so haben Studenten der Universität Emskirchen dieses Jahr erstmals einen Löwenkind-Übersetzer vorgestellt, der die Höhe und Dringlichkeit von Löwenkind lauten misst und diese dann in normales Deutsch übersetzt. Hier mal eine kleine Kostprobe. Meine Eltern haben mich zur Adoption freigegeben, weil ich Lion-Fan bin. Abgesehen davon zeichnen sich Löwenkinder durch ihre Naivität und Kritikunfähigkeit aus, wie das folgende Beispiel anhand eines YouTube-Kommentars aufzeigt. Auf solche Kommentare sollte man im Normalfall nicht weiter eingehen, da Löwenkindern meist kritikunfähig sind und ohnehin in ihrer eigenen, für uns außenstehenden, völlig unverständlichen Welt leben. Einer Welt, in der es am gesamten Firmament nur einen einzigen Stern gibt. Und da man als pflichtbewusster Elternteil natürlich nicht möchte, dass ein Nachwuchs in einer solchen Parallelwelt lebt, sage ich euch jetzt, was ihr gegen die Volkskrankheit Löwenkind unternehmen könnt. Hört auf, mit euren Geschwistern Kinder zu zeugen. Ganz einfach. Und egal, ob sie spuckeln oder träden oder uns einfach verarschen, wir sind gerne behindert. Und auch wenn das einige nicht trafen wollen, wir sind einzigartig, wir sind Löwenkinder. Das war's für ein paar Malisse. Ja, das war's für ein paar Malisse. Ja, das war's für ein paar Malisse. Well done.